Hier sind wir auch wieder. Ich begrüße euch. Wir spielen GRID 2 in der Karriere. Wir waren hier so ein bisschen mitten in der Saison 2 oder 3. Gute Frage, weiß ich jetzt nicht. Mitten in der Saison 3, glaube ich. Wollten gerade anfangen zu driften, bevor wir die WSR rocken. Und? Achso. X. Ah, wir haben den ja vorhin freigeschaltet. Welchen? Dann wollen wir den gleich mal testen, wa? Stimmt, ja. DNF habe ich vorhin gehabt, weil ich so ein bisschen getestet habe und voll abgelost habe. Aber das traut ihr ja nicht wissen. Vielleicht klappt das ja jetzt. Da wollen wir mal probieren. Wie es mit Handbremsen trifft es klappt. Hierbei musst du das Auto in ein aggressives Übersteuern zwingen. Fahr die Kurve mit hohem Tempo an, geh vom Gas und lenke ein. Und zieh sofort die Handbremse, um in den Drift zu kommen. Jetzt musst du nur noch gefühlvoll Gas geben. Ah. War sie gut? Starke Technik. Boah. Das war knapp, würde ich mal sagen. Neue persönliche Bestleistung. Sieh zu, dass du sie nochmal überbietest. Das war driften von einem anderen Stern. Es gehört eine Menge dazu, gegen Haruna Kiyujin zu gewinnen. Gute Arbeit. Wir haben verdammt viel Schwein gehabt. Auf Platz 8. 500. Naja. 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 Endplatzierung 1. Ziel erfüllt 1. Juhu. Und wir kriegen... Wie viele Fans? 800. Dumm, 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 dumm. Yeah. Du bist also auch ein Drift-Profi. Du bist offensichtlich ein vielseitiger Fahrer. Und du bist zu weiteren Drift-Rennen eingeladen worden. Gut so. Wirklich beeindruckend. Ja. Überholen. Aber wir waren ja schon mal so bei Drift drin, ne? Dann wollen wir das natürlich auch mal weitermachen. Hongkong, Dubai, Okotama. Dann machen wir gleich mal Hongkong weiter. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem Nissan. Hongkong hat ein paar heftige Steigungen. Du musst auf guten Grip und hohe Kurvengeschwindigkeiten achten. Junge. Wollen wir mal probieren. Bei der neuen Events darfst du nicht auf Sicherheit fahren. Wirf das Heck auf die Seite und fütter dein Punktekonto. Lass die Reifen qualmen, um die maximale Punktzahl abzugreifen. Sehr gut. Die Punkte gehören dir. Konzentriert. Äh, da waren wir falsch im Ansatz. Oh, mal fünf. Okay, das waren die nächsten Punkte auf dem Konto. Das gibt richtig Punkte. Eins. War bestimmt knapp. 393.000. Na, war nicht so viel, aber. Immerhin. Oh! Perfektes Driften und eine Menge neuer Fans. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und Platz sieben sogar. Läuft. Eins Komma. Du kannst gern noch ein wenig üben. Denk aber daran, dass die WSR startbereit ist. Tja, die WSR läuft uns schon nicht weg. Wir haben Lust auf Driften, querfahren, Reifen verheizen. Ja. Ach, da steht's. 1,92 Millionen. Dubai. Oh, der Nissan, der schockt. Da fahren wir weiter. Fahren wir weiter mit. Der Großteil der Strecke geht Vollgas. Du musst viel Mut mitbringen. In einem vollen Fahrerfeld hast du einen kleinen Vorteil gegen Haruna Kiyojin. Nutze das unbedingt aus. Achso, ist das hier gar kein. Achso. Versuch ohne Kollision weiterzufahren. Versuch ich. Lauf in Skyline. Aua. Lass mich. Au, da sind wir voll hängen geblieben. Aber wir haben drei Runden. Das sollten wir doch packen. Das ist knapp vor uns. Alles chillig. Ab im Tunnel. Die Front fehlt uns schon mal. Die erste Runde ist vorbei und du ziehst davon. Jetzt haben wir Freibahn. Jetzt können wir Gas geben. So schaut das aus. So sehen Sieger aus. Schalalala. Oh nein. Das war nicht so perfekt. Aber den Gegner scheint erst gar nicht zu interessieren. Der zweite Platzierte liegt nur fünf Sekunden zurück. Aua. Die Kurve. Die hat's echt in mich. Du hast gerade eine neue Bestzeit aufgestellt. Geil, wie knapp das war. Das war sehr genial. Und hier wieder rum. Alter. Und weiter und rechts und links und geradeaus. Okay Junge, du liegst weit in Führung. Konzentrier dich aufs Fahren, dann gewinnst du dieses Rennen. Oh, da ist doch ein Punkt. Ich seh noch einen Punkt. Ich seh noch zwei Gegner. Kann ich mir ja noch ein paar Cheeseburger bei McDonalds holen, ey. Platz eins. Da fliegen wieder die Funken. 3, 11, 7, 4, 8. Starke Leistung. Hochverdienter erster Platz. 59 Sekunden. Schnell zur Runde. Yeah. Und leider noch 10. Und 2 Millionen, 2 Millionen, 2 Millionen. Bing, ding. 2 Millionen 500 Fans. Ihr seid die Besten. Wir suchen immer nach neuen Möglichkeiten Fans zu gewinnen. Das darf ruhig Spaß machen. Probier es also mal mit einem Promo-Event. Ja, erstmal machen wir das eine fertig. Und dann. Was war denn das hier? Achso, überholen. Das war nochmal Drift in Okutama. Ja, der muss jetzt ranhalten. Dem 370-Set. Okutama eignet sich gut, um Drifts zu trainieren. Die langgezogenen Kurven sind ideal. Schauen wir mal. Bei Drift-Events darfst du nicht auf Sicherheit fahren. Wirf das Heck auf die Seite und fütter dein Punktekonto. Ja. Netter Drift. Das war zwar nicht so toll, aber... Nein. Oh, crasht er uns noch. Schöner Drift. Hallo, geht's noch? Lass uns mal in Ruhe hier. Wir wollen driften. Punkte holen. Ja, hallo. Hallo. Sehr gut. Die Punkte gehören dir. Fünfter. Ja, danke. Mann. Wir wollen doch hier driften. Das ist drei, vier Mal reingefahren. Ich weiß doch, dass du das Talent für gute Drift-Resultate hast. Versuch's gleich nochmal. Ja, sicher. Geht er gar nicht, ey. Du mit deinem Dauer-Lutscher aus, oder? Hol dir den Sieg. Sammel weiter Punkte. Toller Drift. Das hat wieder einige Punkte gebracht. Spektakulärer Drift. Du hast deinen eigenen Rekord gebrochen. War ja auch nicht schwer. 439. Jo, naja, geht, ne? Du hast dich selbst übertroffen. Perfektes Driften und eine Menge neuer Fans. Ah, 6. Damit haben wir das auch erledigt. Und wir können das letzte Promo-Event mal fahren. Das sieht doch gut aus. 2 Millionen. Du kannst gern noch ein wenig üben. Denk aber daran, dass die WSR startbereit ist. Ich weiß. Wir nehmen aber alles mit. Oh, geil. BMW Touring Car. Super geil. Der fehlt uns noch in unserer Sammlung. Huqueh. 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 In Yass Marina ist jede Kurve einzigartig. Bleib voll konzentriert. Alles klar. Das Tempo passt. Mach dich fertig. Er tut alles, um dich abzublocken. Warte auf den richtigen Moment und geh vorbei. Hab ich doch schon. Aber, nettes Auto. Du zeigst ne Menge starke Überholmanöver. Mach so weiter. Bing, bing, bing. Und da geht die Punkte flöten. Na? 18.000. Boah. Du musst schnell an ihm vorbei. Greif jetzt an. Boah, das war haarscharf, ey. Die letzte Runde. Oh nein, da ist noch einer. Du bietest den Fans ein richtiges Spektakel. Zeig ihnen, was sie sehen wollen. So, oder wat? Besser geht er schon gar nicht mehr. Boah, 43.000. Ah, schau mir die 50 noch. Oh, boah. Junge. So, schnell vorbei, schnell vorbei. Jo, 52. Oh, die Karre hat was. So, außen vorbei. Innen vorbei. Und vorbei. Ja, boah. Das läuft bei uns. Uiuiuiuiuiuiui. Und da ist das Ziel, wa? Ja, den nehmen wir noch. Boah, Ziel erfüllt. Das war genial. Das hat Laune gebracht. 56.400. Bam. Gute Arbeit. Du hast das Ziel geknackt. Haha. Geile Scheiße. Bam. Ziel erfüllt. Auf jeden Fall. Das war... Oh, war da gar nicht eigentlich lästern gezeigt. Wir haben soweit alles durch, würde ich behaupten. Es kann den WRC im nächsten Part beginnen. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wenn ihr Spaß daran hattet, schaltet wieder rein. Wenn es heißt, wieder Grid 2 Karriere. Ich freue mich auf euch. Dankeschön fürs Reinschalten. Bis denn. Euer Jens. Tschüss. Tschüss.